Trägenhüll, nachdem ich euch im ersten Teil gezeigt habe, wie man Bilder bearbeitet, zeige ich euch heute, wie ihr die Bilder vom PC hochlädt zu Instagram. Ganz easy, ganz einfach, schaut euch das an. Ich habe lange gesucht, um ein Tool zu finden, mit dem ich leicht Bilder vom Computer auf Instagram hochladen kann. Ich bin auf dieses Tool hier gestoßen, was ich euch gerne mal vorstellen möchte. Das heißt, wie ihr schon seht, haben wir hier, ist ja im Prinzip eine Nachbildung von einem Handy und letztlich gesehen, so wie ihr auch die App kennt, haben wir jetzt hier im Prinzip unser Profil. Ja, ich kann das jetzt hier die E-Mail verändern. Ich kann das Profil abändern und ich habe hier letztlich gesehen meine Übersicht an Bildern, also und könnte jetzt auch meine Storys etc. mir anschauen. So, was wollen wir jetzt machen? Ich gehe jetzt hier unten auf dieses Symbol, klicke das an und sage jetzt letztlich gesehen Video hochladen bzw. Foto. Es öffnet sich jetzt hier automatisch dann das Menü. Ich gehe jetzt auf Instagram, wo wir das Bild ja auch abgelegt haben. Das ist jetzt Instagram hier und hier haben wir jetzt unser Bild. So sieht das jetzt aus. Dann kann ich jetzt im Prinzip noch ja, ich kann den Post schedulen, das heißt auf Termin legen. Das heißt, ich kann es jetzt schon fertig machen und sage, dass das Bild erst in zwei Tagen oder in drei Tagen, oder nächste Woche erscheint. Je nachdem, wie ich das haben möchte. Ich kann das also auf Termin legen. Ist ganz interessant, wenn man irgendwie Urlaub machen möchte und möchte, ich sage mal, sein Instagram vorarbeiten. Das heißt, ich kann schon viele, viele Bilder fertig machen, lade sie hoch und am entsprechenden Tag zur entsprechenden Uhrzeit sind sie dann veröffentlicht und ich kann in Ruhe woanders hinfahren, woanders hinfahren. Ja, wie auch immer. So, wir gehen jetzt einfach auf, also ich kann auch Filters benutzen und so weiter, aber das kann man nachher einzeln dann austesten, je nachdem, wie man es braucht. Wir gehen jetzt auf Next. Ja, aber das war jetzt ein bisschen zu schnell. Das war wohl unser Internet ein wenig zu langsam. Ähm, so. Jetzt müssen wir natürlich noch die Hashtags machen. Die Location kann ich noch festlegen. Ich kann auch noch jetzt Leute da taken und so weiter. Ich mache das jetzt mal ganz simpel. Ja, es wird mir einmal angezeigt, wie viele Likes ich schon mit diesen Hashtag habe, beziehungsweise auch welche, äh, ja, Priorität das Hashtag hat. Ich mache jetzt einfach mal hier Dragon Hill, ja. Dann nehme ich noch, ähm, mein Ding hier, äh, Love mit hinzu. Dann, was können wir hier noch so nehmen? Ähm, Hip-Hop nicht. Ähm, Happy, ähm, Lifestyle und, ähm, ja, Fotograf, Fotoshoot. Ja, ich mache jetzt einfach mal so ein paar Sachen. YouTube, Fun, ähm, und, und, und. So, ganz wichtig ist, man sollte nicht mehr als, ähm, 30 Tags machen, aber meine Empfehlung ist, macht etwas weniger. Also, Max 29, weil die Erfahrung hat gezeigt, dass Instagram euch letztlich gesehen abstraft, wenn ihr 30 macht, ja. Das ist zwar erlaubt, aber die Problematik ist, es ist am Limit und man wird einfach abgestraft. Gute Ergebnisse haben Leute erzielt mit 5, 8, 10, 15, das muss man persönlich einfach ein bisschen antesten und dann weiß man, ähm, ja, wie viel Tags am besten für einen, ja, passen, ne. Wir werden jetzt hier, ich habe jetzt hier mal ein paar gemacht, ja, und wir gehen jetzt auf Share. Und siehe da, das Foto ist hier schon sichtbar. Und jetzt müsste es ja normalerweise auch auf unserem Insta-Profil sichtbar sein. Und da ist es. Also, ihr seht, ich habe das hochgeladen über den Rechner auf mein Instagram und voilà, hier ist es. Also, so kann man easy, wirklich sehr, sehr easy Bilder hochladen und eben, äh, ja, komfortabel eigentlich aus meiner Sicht Tags bearbeiten, einen Scheduler machen, wie auch immer. Ich werde euch noch weitere Tools vorstellen, ja. Ähm, dieses Tool ist, ich sage mal, ähm, kostenlos, aber es hat natürlich auch eine Pro-Version. Da muss man natürlich immer gucken, brauche ich die Pro-Version oder reicht mir diese Version? Ich persönlich bis jetzt kann einfach sagen, äh, weil ich auch noch andere Tools, äh, nutze, reicht mir diese Version völlig aus. So, das war's jetzt. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, wie es mir Spaß gemacht hat, dieses Video für euch aufzunehmen. Ähm, falls ihr noch Fragen habt, einfach unten in die Comment reinschreiben. Ja, ähm, ich lese sie mir alle durch, beantworte sie, soweit ich es kann. Und immer, ja, ganz offen Fragen, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, auch einfach unten mit reinschreiben. Ich bin für jede Verbesserung immer gerne dankbar. Und, äh, ich hoffe, wir sehen uns einfach im nächsten Video von uns, oder von mir besser gesagt. Ja, und an dieser Stelle nochmal ein bisschen Eigenwerbung. Eigenwerbung, also, lasst ein Like da und nicht vergessen, den Follower-Button jetzt drücken, falls du es noch nicht gemacht hast. Du verpasst dann kein Video von mir und, ähm, es macht mich einfach happy und du unterstützt damit meinen Channel. Ich sage an dieser Stelle schon mal Danke für deinen Support und in diesem Sinne, Dragon Hill. Ich sage an dieser Stelle, den Follower-Button, den Follower-Button, den Follower-Button.